So, ich denke, wir gönnen uns jetzt erstmal einen Kaffee, ne? Sehr gerne. Gute Idee. Ne, was ist denn da schon wieder los? Nein! Was ist das Problem? Hört ihr das? Komm hier! Was soll das machen? Warten Sie mal an. Das sind die vier, die wir vorhin oben hatten. Eben. Ja, und Sie sehen, die trennen offenbar diejenigen, die sich streiten und das funktioniert doch. Schon mal was von Ich-Botschaften gehört? Was? Ich-Botschaften? Ne. Oh, du sollst sagen, wie du dich fühlst. Wie ich mich fühle? Ich würde mich besser fühlen, wenn du jetzt einfach mal deine Fresse halten würdest. Äh, ne Felix, du hältst deine Fresse. Cheyenne, kannst du mir am liebsten mal eine Ich-Botschaft vormachen? Ich fühle mich von meinem Bruder unterdrückt und wollte mich zur Wehr setzen. Danke. Ich fühle mich von meinem Bruder beleidigt und ungerecht behandelt. Und ich fühle mich von meinem Bruder alleine gelassen und im Stich gelassen. Und die Aktion am Sportplatz, ja, meine Güte, voll übertrieben. Sie sehen es selbst, es funktioniert. Äh, hätte ich jetzt wirklich nicht geglaubt. Jetzt? Ähm, wo liegt denn der Ursprung des Streites? Ursprung? Was für ein Ursprung? Junge, du sollst sagen, wieso ihr euch gestritten habt. Mein Gott, verstehst du eigentlich keinen Spaß, oder was? Bika, bei mir hat das Spaß am Ende, wenn du mich mit vollgekackten Windeln bewirfst. Oh Gott, recht. Ich finde, du sollst dich entschuldigen. Dein Verhalten war unreifenkindlich. Äh, seid ihr jetzt eigentlich alle gegen mich hier, oder was? Nein, so. Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal. Auch du, Alexa. Wisst ihr was? Fuck all! Macht Platz, Pferdemädchen, Alter! Jetzt hat sich sogar meine eigene Freundin gegen mich gestellt. Hat diese komische Psychotante meiner Freundin jetzt eine Gehirnwäsche verpasst? Ey, das funktioniert nicht, aber ist mir scheißegal. Ich lasse mir von niemandem was sagen. Die können mich alle mal mit ihrem kranken Psychoscheiß. Felix kapiert das einfach nicht. Durch sein Verhalten bringt er noch alle gegen sich auf. Ich habe eh schon die Schnauze voll. Und Alexa jetzt auch. Wenn er sich nicht zusammenreißt, dann steht er bald alleine da. Hey, Alter. Deine Mutter wartet da drüben. Was? Deine Mutter? Sag mal, Lukas, du hängst auch den ganzen Tag lang nur rum wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, oder? Wollen wir heute Abend vielleicht zocken? Bisschen die sturmfreie Bude ausnutzen? Bring dich auf andere Gedanken. Ne, kein Bock. Ich habe andere Dinge im Kopf. Carmen. Ja, der Zuckerabend hat gestern alles versaut. Ja, war aber extrem witzig. Ja, schön. Mann, ich will mich bei Carmen entschuldigen. Was macht sie? Wirft sich die Rocco direkt um den Hals. Ey, Mann, das Ganze fuckt mich mega ab. Und sie? Sie lässt mich wie ein Blödmann dastehen. Und lacht nur noch die ganze Zeit. Sag mal, ist dir vielleicht schon mal in den Sinn gekommen, dass ihr das tut, weil du dich hast gehen lassen? Ich meine, du bist aufgegangen wie so ein Hefeteig. Und warst du das letzte Mal beim Sport? Bestimmt doch gar nicht. Gestern Morgen. Ja, aber deine Haare sitzen nicht. Doch, die sitzen wie immer. Damit meine ich, die passen nicht zum Outfit. Was stimmt denn jetzt mit meinem Outfit nicht? Mensch, die 90er sind 20 Jahre lang vorbei. Aber keine Angst. Ich habe die Quintessenz für dich. Ich wollte es eigentlich selber anziehen. Aber es rettet ihr heute den Tag. Da werde ich mit dir. Ich habe dir oben einen Spind. Komm mit, das wird super. Was? Ja, das wird super. Komm mit. Mann, ich erkenne meinen Bro ja kaum wieder. Ich muss ihn echt nur auf Trab bringen und wieder aufheitern. Man muss der Frauenwelt ja was bieten können. Und so klappt das garantiert. Hey, Till, da bist du. Ich habe dich überall gesucht. Also raus mit der Sprache. Die ganze Geschichte mit deiner Mutter und dem Krankenhaus war ja schon mal gelogen. Von wem ist das Baby-Assistance? Mann, Till, du musst dich für nichts schämen. Du musst auch von meiner Seite aus mit keinen Konsequenzen rechnen. Also. Okay, Frau Schäfer. Hören Sie. Ich gebe es zu. Es ist nicht in Wirklichkeit meine Schwester, sondern es ist mein eigenes Baby. Okay, und was ist mit der Mutter des Kindes? Ich habe das Baby mit einer 26-Jährigen. Die ist auch komplett überfordert und braucht ständig meine Hilfe. Ich habe mich so sehr geschämt. Ich habe mich so sehr geschämt, dass ich das bis jetzt geheim gehalten habe. Und du bist ganz sicher der Vater, ja? Hat sie mir gesagt. Und was ist mit dem Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, haben sie ja gesehen. Also, sie ist eigentlich nicht so verkehrt. Sie lässt mir zwar auch meinen Raum, aber Stress ist einfach nicht ihr Ding. Till, ich würde gerne die Mutter des Babys kennenlernen. Oh, nee. Ich glaube nicht, dass sie so Bock drauf hätte. Du, das ist mir tatsächlich auch ziemlich egal, ob sie da Bock drauf hat oder nicht. Als Mutter eines Kindes hat man Verantwortung zu tragen. Und dann muss sie auch gerade stehen für solche Geschichten. Ich fände es toll, wenn du sie anrufen würdest und sie unter irgendeinem Vorwand hierher bestellst. Und diesmal bitte die richtige Nummer. Tut es total gut, mit der Schäfer zu sprechen. War auch voll krass, die ganze Zeit mein Baby geheim zu halten. Ich hatte ja niemanden, mit dem ich reden konnte. Und meine Freundin Leona ist auch völlig durch den Wind und überfordert. Ich kann sie mit meinen Problemen auch nicht mehr belasten. Wir haben Tills Freundin Leona, die Mutter des Kindes, jetzt erstmal unter einem Vorwand zur Schule bestellt, um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich kommt. Aber, ja, verantwortungsvoll scheint sie ja nicht zu sein, wenn sie Till alleine mit dem Baby zur Schule gehen lässt. Und dann kurz aus dem Spind rausholen, guckt aber nicht rein, ist scheiße eklig da drin. Hier, erst mal einen Rucksack. Nein, 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 erst mache ich dich hier fit. So, Rucksack. Und? Nur für dich. Das ist mein Lieblings-T-Shirt. Glaube ich sogar frisch gewaschen. Passt perfekt zu deiner Augenfarbe. Alter, Digga. Das ist nicht mein Style, Mann. Ich gucke mir voll verkleidet vor. Na gut, dann mache ich halt noch einen anderen Plan für dich. Und zwar, das hier. Digga. Das stinkt, was ist das? Pheromone. Das wird bei Rindern benutzt, um die so richtig heiß zu... Ist auch egal. Frauen stehen da voll drauf. Come on, come on, hey. Boah, du stinkst. Sorry. Hey. Ich wollte mich entschuldigen. Die Aktion gestern war scheiße von mir. Es war doof von mir, dass ich die Vollidioten vorgezogen habe. Es tut mir echt sehr leid. Und ich habe es auch direkt wieder bereut. Und gerade als ich dich draußen mit Rocco gesehen habe, Mann, da wurde ich voll schnell eifersüchtig. Du stinkst. Wir sollten nach der Schule echt zu dir nach Hause. Du brauchst eine Dusche. Ja. Ich kann Lukas einfach nicht lange böse sein. Und der ist einfach so süß, wenn er ein schlechtes Gewissen hat. Und gleich unter der Dusche, neue Chance, neues Glück. Ich sag's doch. Pheromone, die machen jedes Girl heiß. Was ist jetzt mit mir? Hallo. Du musst Leona sein, ja? Ja. Ich dachte, ich muss babysitten, weil du einen wichtigen Termin hast. Ja, ja. Jetzt sag mir, was mit mir ist. Gar nichts ist mit ihr. Ich bin die Lehrerin. Wir haben tatsächlich eine Notlüge angewandt, weil wir Angst hatten, dass du nicht kommst. Und jetzt? Was wollen Sie von mir? Ich komme schon klar. Ja, anscheinend nicht, weil du hast einem 16-Jährigen deine Tochter aufs Auge gedrückt, damit er auf sie aufpasst, während er zur Schule gehen muss, um shoppen zu gehen. Ja. Was soll das? Till ist voll reif für seinen Alter. Der kommt auch schon klar. Ja, aber er hat eigentlich Schule und das geht überhaupt nicht. Ein Kind hat in der Schule nichts zu suchen. Abgesehen davon würden wir gerne einen Vaterschaftstest machen. Genau. Vaterschaftstest? Ja. Was soll das denn jetzt? Till ist der Vater und wir sind glücklich zusammen und damit basta. Gut, wie lange seid ihr denn zusammen? Also, wie alt ist die Kleine? Ja, da muss ich erst mal überlegen. Ja, wenn ihr glücklich seid, dann musst du da noch nicht überlegen. Dann musst du auch nichts rechnen, dann kannst du das einfach sagen. Okay, Till ist nicht der Vater. Was? Ja, wir hatten einen One-Night-Stand, aber Mia ist von dem One-Night-Stand vor dir. Was? Also, ist er im Grunde genommen billiger Babysitter, oder wie sehe ich das? Guck mal, drei Stunden shoppen, ja? 30 Euro Babysitter. Kann ich mir nicht leisten, das ist viel billiger so. Okay, das ist zwischenmenschlich eine absolute Sechs. Und abgesehen davon, du hast ein super süßes Kind. Wenn man ein Kind hat, dann steht das Kind an erster Stelle. Und dann, irgendwann kommt man selber, man muss sich zurücknehmen. Also, das geht doch nicht. Andere Frauen können gar keine Kinder bekommen und werden glücklich, sich darum kümmern zu dürfen. Und du hast hier so einen süßen Wolleproppen und gehst lieber shoppen, oder wie? Genau. Ja, ich brauche aber auch, ich brauche Zeit für andere Dinge. Ja, das kann ich ja auch nachvollziehen, aber erst mal ist das Baby wichtig. Ja, ich habe es ja auch ganz doll lieb, aber das ist manchmal echt viel zu viel, viel zu stressig. Es ist auch anstrengend mit so einem Baby. Das kann ich mir vorstellen, aber es gibt so viele Institutionen, an die du dich wenden kannst, die dir Hilfe leisten. Das Jugendamt zum Beispiel oder andere Einrichtungen, an die du dich wenden kannst. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, dir Hilfe zu holen. Ja, ich verstehe schon. Ich werde es wirklich mir überlegen. Ja, mach das mal, weil irgendjemandem vorzugaukeln, er sei der Vater eines Kindes, das ist echt ziemlich asozial. Ich lasse euch mal allein. Ich hoffe inständig, dass Leona meinen Rat annimmt. Nicht nur wegen ihr, auch wegen Till. Ich meine, es gibt genug Möglichkeiten für junge Mütter, sich irgendwo Hilfe zu holen. Und wenn sie das tut, dann hat sie und ihr Baby definitiv eine echte Chance. Leona hat mich komplett verarscht. Wie konnte ich nur so blöd sein? Nein, die kann mich mal. Gut, dass Frau Schäfer jetzt die Wahrheit herausgefunden hat. Hör mal, was ist denn hier los? Hör mal, du weißt schon, dass du dran bist mit Wäsche waschen, ne? Hast du schon mal Wäsche gewaschen? Nee, hab ich nicht. Siehst du? Ab sofort wirst du jetzt deine eigene Wäsche waschen. Heute schaust du dir nämlich von der Waschmaschine mal die Knöpfe an. Ganz genau. Und die Aktion mit dem Windeln war echt scheiße. Jetzt entspann dich doch einfach mal. Aber wenn der verehrte Herr Bruder eine Entschuldigung haben möchte, dann kann er gerne eine Entschuldigung haben. Das tut mir von ganzem Herzen leid, mein Bruderherz. Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr auf deinen Gelaber. Deine ganzen Entschuldigungen sind doch gar nicht mal ernst gemeint, oder? Du bist für mich gestorben. Hallo, was hast du jetzt vor? Ja, du bist für mich gestorben einfach. Was hast du jetzt vor? Wohin willst du jetzt gehen? Wohin willst du gehen? Alles andere ist besser als hier. Ciao. Das war's. Dieses Mal kommt Felix mit seinem Gelaber und seinen halbherzigen Entschuldigungen nicht mehr durch. Soll mal gucken, wie er alleine zurechtkommt. Meine Prognose? Gar nicht. Der faule Hund versinkt im Chaos. Ey, ich hab mein Pullover vergessen. Ja, scheiße Gott, Mann. Ich muss duschen. Boah, ich stinke so mega krass von Tobias Ferromonen-Shit. Okay, Carmen, wenn ich jetzt dann nie reiß dich mal zusammen. Noch einmal. Boah, ich stinke so mega krass. Boah, ich stinke so mega krass.